Wer... Wer denkt, dass das eine gute Idee war? Wer denkt sich sowas aus? Nicht mal Drogensüchtige und Behinderte würden... Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Fahrt das Intro ab. What the fuck? Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Falls jemand nicht mit dem Konzept von Germany's Next Topmodel vertraut ist, hier einmal kurz die Zusammenfassung. Junge, naive Mädchen werden zu einem Casting eingeladen, wo sie einmal die Bühne rauf und runter laufen, was sie dann irgendwie zum Modeln qualifiziert. Oder auch nicht, wenn die Jury etwas anderes behauptet. Doch um ganz ehrlich zu sein, sind diese Kriterien, die für diese Sendung angewendet werden, völlig undurchsichtig. Zwischendurch werden wir auch noch von Frau Heidi Klum daran erinnert, dass das Modeln ein extrem harter Job ist und wir werden mit bedeutungslosen Nichtigkeiten gelangweilt, bis das Finale kommt. Sollte sich an diesem Bild übrigens etwas geändert haben, dann bitte verzeiht mir meine Unwissenheit. Ich gucke seit ungefähr sieben Jahren kein Fernsehen mehr. Und wenn man einmal im Übrigen genauer darüber nachdenkt, ist das Konzept von Models nicht eigentlich ein wenig total bescheuert? Natürlich, es ist wohl ganz hilfreich, wenn das Kleid für die eigene Hochzeit nicht unbedingt von einem Alligator als Beispiel getragen wird. Aber die Sache ist doch folgende. Kein Model auf diesem Planeten repräsentiert den gewöhnlichen Durchschnittsmenschen. Also was soll der ganze Zirkus eigentlich? Aber genug um die breiige Hitze herumgeredet. Starten wir einfach das Spiel. Die Charaktererstellung bietet uns die Auswahl zwischen Gesicht 1 und Gesicht 2. Hey, wow, schaltet mal einen Gang zurück, ja? Ihr wart noch die ganzen Multi-Millionen-Dollar-Projekte von EA neidisch. Es fällt natürlich auf, dass hier noch weitere Möglichkeiten zum Umbau existieren. Diese sind aber entweder komplett überflüssig, wie die Haare und Kleidung zum Beispiel, die mit jedem neuen Tag im Spiel gewechselt werden, oder sie fallen erst gar nicht auf. Herzlichen Glückwunsch, Germany's Next Topmodel! Du hast es geschafft, mein Blut zum Kochen zu bringen, noch bevor das Spiel überhaupt richtig angefangen hat. Gewachst und gepudert startet unsere Heldin... Ich muss wirklich damit aufhören, so viele sarkastisch gemeinte Anführungszeichen in mein Skript zu schreiben. Startet unsere Heldin, die die Vorrundenauswahl bereits hinter sich hat... Gott sei Dank, auch nur eine Minute mehr von diesem Spiel... ...hätte ich wirklich nicht ertragen. Hat mir diese Frau gerade zugezwinkert? Also, von dem, was ich normalerweise kenne, muss das anders interpretiert werden als eine normale Begrüßung. Ähm, was für eine Art Fernsehsendung wird das hier eigentlich? Nachdem wir uns ein bisschen mit den anderen Bewerberinnen unterhalten haben, ist mir erstmal etwas sehr, sehr Seltsames passiert. Die Synchro hat einfach gestoppt. Einfach so. Und sie kommt nur dann wieder, wenn die Mädchen vor dem Beistuhl sitzen. Ach ja, der Fernsehbeistuhl. Teil einer jeden Realsatire. Ich mein natürlich Reality-TV-Show. In der Teilnehmer, die ausschließlich zur intellektuellen Elite gehören, ihre Gedanken und Gefühle wiedergeben können. Wie zum Beispiel... Oh mein Gott! Hast du ihre Haare gesehen? Das geht ja mal gar nicht. Voll die Opfer, ey! Das Warten vor dem Catwalk ist echt nervenzerreißend. Oh mein Gott! Ich kann nicht glauben, dass sie das gerade gesagt hat. Oh mein Gott! Ich finde das Warten vor dem Catwalk wirklich nervenzerreißend. Es ist schön, mal einen Entspannungstag zu haben. Ich finde das Warten vor dem Catwalk wirklich nervenzerreißend. Und was die Schlampe gesagt hat, ey, das stimmt ja wohl mal gar nicht, ey. Mein Gott, ich will nichts mehr von ihr zu tun haben, ey. Ihr wisst schon, wie in einer echten Reality-TV-Sendung. Ich bin in der Hölle! Leider bin ich vom Spiel aus dazu gezwungen, mich mit den anderen Bimbos zu unterhalten. In den Dialogen selbst habe ich immer drei Auswahlmöglichkeiten, wie ich antworten möchte. Die Liebe Großmutti, ich will eine Freundin mit euch allen sein. Hey, kein Streit, Frau. Das ist mir alles egal. Macht euren Scheiß alleine, Frau. Und die BITCH Es ist fast schon so wie ein Rollenspiel. Nur ein Kacke. Ich habe mich in meinem Let's Play für das liebe Schmusekind entschieden, da ich jede Form von Konflikt mit diesen Zicken vermeiden möchte. Aber wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, ist Drama in Sendungen, die auf den Sendern laufen, dessen Namen nicht genannt werden dürfen, verprogrammiert. Doch bevor ich zu tief in die Story eingreife, reden wir doch mal ein bisschen über das Gameplay. Oh Gott, ich habe bald kein Kleingeld mehr. Womit wir auch schon zum Kernproblem vorgedrungen wären. Das gesamte Spiel ist ein Quicktime-Event. Das gesamte Aids-verseuchte Spiel ist ein Quicktime-Event. Hier ist das Problem, was ich habe mit Quicktime-Events. Die Szenen, die im Hintergrund ablaufen, können noch so episch und spektakulär sein. Ich konzentriere mich aber auf die Knöpfe, die ich drücken muss, um am Leben zu bleiben. Was im Hintergrund abläuft, ist völlig egal. Ich kann versuchen zu sehen, was passiert. Aber wenn ich das tue, werde ich die Kombo vermasseln. Und sterben. Andere Spiele wiederum sind da viel cleverer. Deren Quicktime-Events, Schrägstrich Minispiele, arbeiten sich perfekt in die Spielewelt mit ein. Wie beispielsweise Oblivions Schlösserknacken oder das Bowling in GTA. Wenn die Aufgabe aber nur ist, Knöpfe in einer bestimmten Reihenfolge zu drücken, dann kann ich auch einfach einen Reaktionstest herunterladen, weil das andere eh völlig egal ist. Um das Spiel aber noch einmal für einen kurzen Moment in Schutz zu nehmen, muss ich sagen, natürlich besteht das Spiel nur aus einem Haufen Quicktime-Events. Wie anders sollte ein Spiel zum Modeln denn auch aussehen? Was aber direkt wieder zum Ausgangspunkt der ganzen Misere zurückführt. Nämlich, wer dachte, dass sowas eine gute Idee gewesen ist? Es gibt aber ein Minispiel in diesem Ozean der Langeweile, das ich tatsächlich gemocht habe. Aber auch nur deshalb, weil sie von woanders her geklaut worden ist. Um euch nach jeder Aufgabe wieder frisch zu machen, spielt ihr Beetlejuice. Wobei ich eine Sache an dieser Version doch recht komisch finde. Wieso höre ich jedes Mal eine sich öffnende Bierdose, wenn ich eine Frucht anklicke? Meine Theorie ist, dass es sich dabei um all die Biere handelt, die die Entwickler dieses Spiels weggezischt haben, als sie feststellen mussten, dass ihr Informatikstudium völlig umsonst gewesen ist. Eine allzu gute Arbeit ist ihnen sowieso nicht gelungen. Seht euch beispielsweise die Haare dieser Frau beim Tanzen an. Fest wie ein Betonklotz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man darauf Kokosnüsse zerschlagen könnte. Berlin, 14 Uhr. Die Frisur sitzt. Das ist aber noch gar nichts gegen die restliche Animation, die wir beispielsweise in den Gesprächen serviert bekommen. Die Münder sehen aus, als wären sie aufgemalt. Und die Bewegungen lassen selbst die Augsburger Puppenkiste realistisch aussehen. Die absolute Krönung des Ganzen ist immer noch das Laufen. Mein Gott, das Laufen. Das ist in etwa so authentisch wie der offizielle Trailer für die Realverfilmung zum Sonic-Film auf YouTube. Kann mal jemand der Frau erklären, dass der Gang zum Klo keine Präsentation von Calvin Klein-Unterwäsche ist? Abgerundet wird dieses Gameplay, das irgendwie wohl auf einem Plumpsklo entstanden sein muss, nur durch den langsamen Gang. Oh mein Gott, lauf endlich schneller! Der Boden ist Lava! Deine Mutter liegt im Krankenhaus und stirbt! Dein Haus brennt! Oh Gott, gibt es vielleicht auch noch andere Aktivitäten in diesem Haus, außer Schminken, Sport, in den Spiegelglotzen, Catwalk und Fotoshooting? Ähm, es gibt einen Fisch im Aquarium. Bitte was? Ich, äh, ich check's nicht. Ich hab jeden anderen Raum genau untersucht und man hat nur diese eine andere Aktivität, die nichts mit dem restlichen Modeln zu tun hat. Keine Musik hören, kein Kochen, nur der Fisch. Was ist an diesem Tier so wichtig, dass es hier sein muss? Ist das sowas wie ein Tribut? Hat ein Fisch mal einem von euch Entwicklern das Leben gerettet? Ist das eine Art philosophische Aussage? Repräsentiert der Fisch die Leute, die bei Germany's Next Topmodel mitmachen und meine Spielfigur die Zuschauer, die absolut gefangen sind in etwas komplett Banalem und Langweiligen und deswegen sich das ansehen? Ich kann einfach nicht glauben, dass diese Aktion einfach nur das Produkt von Faulheit oder Budgetmangel ist. Was ist es? Ich muss es wissen! Ich muss es wissen! Wie so ein Fisch! Wie so ein Fisch! Faszinierend ist übrigens die Musik, die einem im Dauerloop um die Ohren dröhnt. Seid ihr wirklich ernsthaft davon überzeugt, dass etwas automatisch cool wird, nur weil ihr einigermaßen passable Musik drüber spielt, obwohl es würde einiges im heutigen Fernsehprogramm erklären. Hm, ja, diese Szene ist schon ganz gut, aber etwas fehlt da noch. Ich bin ein Genie! Hi, ich bin Franco, euer Coach. Lovely, einfach lovely. Ich liebe dein Styling. Oh-oh, du bist bestimmt hier, um etwas über den Catwalk zu lernen, isn't it? Well, dann lass uns nicht lange quatschen und zeig mir gleich mal, was du kannst. Sprich mich nie wieder an. Genug gelitten für einen Tag. Gehen wir einfach ins Bett. Nein, nein, das Spiel ist einfach nur seltsam. Irgendwann ab der Mitte des Spiels werden euch die Jury-Mitglieder mitteilen, dass sie nicht möchten, dass wir übermäßige Routine bekommen, weshalb sie eine weitere Aufgabe einführen. Was? Wie kommt ihr denn auf die Idee, dass die immer gleichen Aufgaben wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder eintönig sein könnte? Worum es bei der neuen Aufgabe geht, wollt ihr wissen? Es ist dermaßen dumm, dass ich Angst habe, es könnte das Raumzeit-Kontinuum auseinanderreißen und das Universum töten. Wir machen ein Quiz. Ein billig gemachtes Quiz, um genau zu sein. Es ist so absurd. Es gibt nicht einmal einen fucking Tisch oder eine neue Umgebung mit blinkender Leuchtreklame, sondern wir stellen uns von der einen Seite des Wohnzimmers auf die andere Seite. Daran lässt sich doch qualitativ hochwertiges Fernsehen erkennen. Meint ihr nicht auch? Aber das Beste kommt ja immer noch zum Schluss. Die Fragen selbst sind nämlich auch völlig für den Ort, an dem die Sonne nicht scheint. Es sind ein Haufen Modefragen, wie Wer erfand das Parfüm? Oder wie viele Zentimeter Haare wachsen im Monat? Das sind genau die Art von Bekloppenfragen, die einem in der Schule beim Quiz gestellt wurden. Ihr wisst schon, die Sorte, auf die man sich unmöglich vorbereiten kann. Die meisten davon haben nicht mal was mit Mode zu tun. Äh, hier ist eine Frage für dich. Wie viel Scheiße muss ich in einen Harddrive kacken, damit dieses Spiel dabei rauskommt? Habe ich jetzt alles? Ah nein, eine Sache fehlt da noch. Es gibt in der WG noch einen Shop, in dem man sich einen Haufen nutzlosen Bimspams kaufen kann, um sein Zimmer aufzuschmücken. Was total überflüssig ist, weil ich mich sowieso nie länger als 5 Sekunden in meinem Zimmer aufhalte. Tja, man hätte vielleicht die Auffrischung in mein Zimmer verlegen sollen, damit ich mir mein Zimmer auch etwas genauer ansehe. Aber das hätte ja sowas wie durchdachtes Denken erfordert. Laden an und für sich macht eigentlich auch gar keinen Sinn. Ich meine, ich brauche bloß 5 Sekunden lang mir mit einem Lippenstift durchs Gesicht schmieren, bekomme dann 50 von diesen Coupons und damit kann ich mir dann freien Scheiß kaufen. Ja, ich sehe jetzt schon, wie die Hälfte der Kandidaten damit beschäftigt ist, sich den ganzen Tag zu schminken und dann am Ende der Sendung mit einem Lastwagen voll mit freien Laptops nach Hause fährt. Weiter in der Story. Nerv, 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 Nervi, 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 Nerv, 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 Nerv. Eine der Frauen verlässt die WG, weil sie das Rumgezicke nicht mehr aushält. Gut, dass sie weg ist. Ein Stück näher zum Sieg, mein Schatz. Oh mein Gott, ich werde zu einem von Ihnen. Dann nach 8 Wochen täglich grüßt das Murmeltier und der Teufel trägt Prada Atmosphäre werden wir dann zum Finale eingeladen und treten an zum Es kommt, wie es kommen muss. Wir schlagen unsere Kontrahenten und beweisen somit unsere völlige Überlegenheit. Jetzt beginnt der große Traum erst wirklich und ich will jede Sekunde davon genießen. In anderen Nachrichten. Heute um 13 Uhr wurde die ehemalige Gewinnerin von Germany's Next Topmodel auf einer New Yorker Toilette mit einer Heroinüberdosis gefunden. Und nun zum Sport. Dieses Spiel besteht zu 99% aus dem Blut des Teufels. Es ist nicht mal als Scherz witzig, so wie es vielleicht Invasion Deutschland gewesen ist. Das eigentlich widerliche daran aber ist nicht die ätzende Story, das nicht vorhandene Gameplay oder dass es rundum langweilig ist. Nein, es ist die Idee, unschuldigen kleinen Mädchen wertvolle Lebenszeit zu stehlen und ihnen das hart erarbeitete Geld ihrer Eltern aus der Tasche zu ziehen. Ich würde gerne noch ein längeres Fazit abgeben, aber ich bin überhaupt froh, dass es mir gelungen ist, genug Material aus diesem Dreckstück für eine Sendung herauszuziehen. Fahr zur Hölle, Germany's Next Topmodel. Fahr zur Hölle. Hausaufgabe von mir an euch. Findet jede Kopie von Germany's Next Topmodel und verbrennt sie. Ich bin der nostalgische Typ und manche Erinnerungen können wehtun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020